In Russland haben sie die Plaketten entfernt. Das heißt normalerweise Marschbefehl. LOL, was für Plaketten? Von ihren Kachen. Das heißt normalerweise Marschbefehl, dass sie in die Ukraine rankommen. Ukraine ist in der UN und folglich muss Deutschland auch eingreifen. Deutschland beigert sich gerade noch. Bei der Technik heutzutage, wieso gehen noch Leute in den Krieg, Alter? Da muss man eigentlich alles ferngesteuert ausm Aal rausschießen. Der kommt dann vorbei. Okay, die Gegner sind Challenger, Diamond, Diamond Master und Challenger. Ach, das ist nicht weiter jetzt, also. Ja, hofer zu rein. Ich dachte, es kommt halt so eine Herausforderung, aber sowas, äh. Nee, die Gegner sind Silber 4, Silber 2, Gold 3, Gold 5 und Silber 2. Das ist nicht wirklich lang. Mitte Silber 2, okay, Diamond fertig. Kastopaya mit Gold, GG. Ich glaube, das geht, äh, ich glaube ich nur mit Kastopaya und TF. Kastopaya mit Gold, GG. Early Gangs oder Feet? Was für Early Gangs AND Feet? Was? Weißt du, beim Ganken, so steht der von der Jungler. Du feitest ihn einfach nur. Er schmückt in den Tower-Auntys. Das müssen wir mit Andi machen. So, Andi, los, Tower-Dive und dann warten wir. Also sollten wir aber erst machen, wenn wir im Bereich ein bisschen weiter vorne sind. Was für's Platz? Andi, hochklick und geh rein! Kommt jetzt wirklich ein Scheiß-Update gerade raus bei mir? Nee. Von was? Ich glaub da hat jemand PC. Ja, ich hab ja mein, äh, Leak seit drei Tagen und mein PC laufen. Joll. Geht doch noch. Ich glaub da ist jetzt ein Update. Nee. Der Vater kommt jetzt ein Update raus. Auch wenn es ein Update wäre, das war ein richtig kurzes Update. Echo ist rausgekommen, 200 Megabytes. Ach, voll. Machen wir uns nur mit Kami nennen, ohne Witz. Ich hab ne 100k Leitung, ist mir scheißegal was rauskommt. Machen wir uns nur mit Kami nennen. Alter, ist der In-Game-Sounds rauskommt. Machen wir uns nicht wechseln. Wo fängst du an? Frieden. Oh, Blubber, fang ich an. Ich weiß nicht auf welcher Seite wegfällt, ich muss kurz nur laden. Ich hab auch Farben blindgestellt. Ja. Ich hab auch Farben blindgestellt. Ja. Ja, ja. Musst nur auf X3 starten. Tower-Dite. Andi, wenn ich trotzdem komm, dann hochst du dir unter Tower, okay? Okay. 30%, 50%, 60%. Erdenk dir echt Spaß. Okay, jetzt kommen die ganzen raus und versuchen wieder da rein zu warden. Wer du schaffst, kriegt wieder 5 Euro. Jo, alle versuchen jetzt. Jetzt alle hin. Los, los. Jetzt müssen wir alle hingehen. Wir wollen Kingdom. Nice. Okay, nächster. Ihr müsst irgendwie auf die Schnecke drücken. Klick dir mal auf die Schrecken. Nichts, nicht, da, los. Klick dir mal auf die Schrecken. Nein. Okay, jetzt steht da 3. Ja, ich hab 97% an, aber das ist für eine Verarbeitung. Bei Grumban? Ja. Ich hab jetzt geworfen jetzt. Wir wollen überall. Wie geil, das packst du. Wie viel Prozent hast du? 97, 98. Update oder Ingame? Ingame. Nein. Packst du noch. Ja, ist gut. Ist gleich einfach deine Webe. 99, 100. Geht schon wie mehr? Du könntest, dann. Ist gemangelt. Ich geh da nach... Ja, ich warte noch eine portion. Komm, 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 komm. Oh, ich hab auf den falschen Champion-Wert geklickt. Ich dachte, wieder liegt mit Stoffrüstung und drei Healpots an. Sollen wir dir helfen? Ja, ja. Alles gut. Das war gut. Die Fehler nur so, aber ich hab mir geguckt. Mach mal schnell die Minion damit ich nicht verpasst. Und den schnell. Ah, okay. Hast du schon die Zweiten- und ah, ja. 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 Ach. Das war gut. Wow. Ja, ich hab. Wir haben Krackstum punt. Ja, ich hab. Amt, ja. Wir müssen jetzt einfach aufpassen. Also, äh... Ranga hat, äh... Und jetzt klingelt das Telefon. Wie? Ey, immer im Team-Rank. Sorry. Ey, jedes Mal, wenn ich ein Spiel starte. Immer im Team-Rank. Ja, auch in normalen Ranks, also. Sehr hilfreich, ich hätte damit bleiben. Gehst du nicht ran? Nein. Dafür muss ich aufstehen. Und, naja, es ist so beim Farmen ein bisschen... Und aufstehen ist halt, ne? Du weißt. Geh doch, verdammt. Mein ADC-Farm. Richtig geil. Wir stehen nur auf, um auf die Toilette zu gehen. Und, ja. Dafür stehst du auf? Ich hab keine Wölle gekriegt, mach du. Was? Dafür stehst du auf? Dafür hat man doch Flaschen gekriegt. Echt? Oh Gott. Wie denkt ihr, dass ich die angekommen bin, du? 24-7, zacken wir. Oh Mann. 24... äh, 25-7. Oh, ich hab mich verskillt. Ich hab mich verskillt. 24-down-dose von 60. Du musst bis Level 4, äh... Schahnen, davor getrennt werden. Nimm den mittleren. Obwohl, ne, ich nimm den unteren. Okay. Er so, never... äh, er so, ich jank ihn niemals. Nope. Ach, schnell Minion, da sind wir. Dann bin ich ja bereit. Power die! Ja. Hat Ricks noch gar nicht gesehen, ey. Räuge. Räuge überwürfen. Oh, Pauke den echt bis hier mal. Lohn zu treffen. Nee, vernext das. Vielleicht war es die Evelyn, die ihr jetzt mal in dem Game aber nicht macht. Oder Temo. Tja, wo ist die lange? Fällig wieder sofort, Tja. Ach, nicht einer mal ins Telefon. Ja, mach dir ich mal, gleich, tja. Ja. Du musst jetzt den Telefon nehmen, da ich den Launch reinbombe und dann nix drauf. Ja. Wuh. 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 Ich hab' den Scheißzeugzeugen. Gabi. Macht nichts. What? Ill is kill. Gut, dann kann ich jetzt auch ganz früh kommen. WTF? Ja, ja. Ich hab' One-Hit irgendwie. Oh, das ist einfach Marco. Was soll das bitte? Nee, kann ich nicht bumzen. Kann ich ja nicht verarschen. Ach, bist du auch gestorben? Ah, nee. Nee, nee, ich hab' überlegt. Pass. Pass Platz. Andi, so, ich bin Fiat. Es macht sehr Spaß halt, Uriana. Okay, die Katiopäer muss gleich mal allein die Fähigkeiten bleiben. Nein, ich versuch' einfach, wie gesagt, nur zu Lars bitten. Was war ziemlich rausgepocht. Ja, auch einer, wo anhält. Keine Ahnung. Weil der Pushther ziemlich sehr von daher kann stehen gut stehen. Wenn du auf Power fahren kannst. Wenn du auf Power fahren kannst. Er muss jetzt einfach Report Link Hext. Mach' mal, ich auch mal. Du kannst auch noch viel. Ich nehm' die, nehm' die. Der Oberen zumindest. Beren spawnt bei Minute zwanzig? Ja. Äh, allzu... Zurück zum Spot. Das war richtig. Hier soll dich jetzt recht pushen. Wann nimm du den? Machen die Drake? Nee, unwahrscheinlich. Nee. Nee, sind hier. Ja. Jens, mit dem die Drake machen könnten, wäre glaube ich... Okay, die haben wieder Gronkh gemacht. Nein, hätte auch mit Reksal, mit Rovid, mit Jarvan. Naja, mit Senjuani, mit Gragas. Aber am schnellsten geht das für 3. Naja. Schade, richtig geil. Wah, das hätte ich eigentlich treffen müssen. Ja, am besten geht's mit Fiddlesticks. Okay, äh, den kann. Okay, Reksal is the board. Geht da nicht hin, geht da nicht hin. Ich kann da gleich mal mitmachen. Äh, ich soll jetzt Full Tank Uriana. Äh, hört sich gut an. Frozen Heart Inc. Wir haben Gron... äh, der ganze Person. Äh, Bait. Es kommen auch... Bait, die, Bait, die, Bait, die. B-b-b-bottom-Lane? Ja gut, ich bin tot. Nimm's Bait, Alter. Ja, da kann ich... SS mit. Nee, die ist backgegangen, hundertprozentig. Oh, fuck. Das fehlt. Ja, Alter! Wieso... Wieso ist das schon 6? Was zur Hölle ist der 6? Ah, ich bin zu langsam. Ja. Du wirst einfach zweimal hoch genug, während ich gesprungen bin. Ja, ich hab's gesehen. Also dreimal. Freu dich. Nein. Mit deinem Jump dreimal. Ja, den Jump zieh ich dazu, ist auch... Alter, was war das? Wieso... Wieso ist der 6? Ich war genau... Wir waren genauso lang, wie der... Der hat, glaub ich, den Grompfull-Level mit einem Level 1 und danach aufbekommen. Der 2x den Grompf... Sagst du nicht Grompf. Sorry. Grompf ist der da oben. Aufpassen, das könnte sein. Wir müssen uns einfach bis Level 6 versuchen zu fahren. Ey, man haben die den Dragon nicht gemacht. Komm gleich mal runter, Jungs. Cool, das haben wir irgendwie... Jedes Mal... Irgendwas auf cooldown ist, obwohl ich es nicht eingesetzt habe. Richtig schnicky, Alter. Was ist denn fancy? Nein. Ja, ich will kein Blue. Ja. No, fuck, das ist das. Guck, das sind die Back. Wir lassen die Dray. Naja, auf jeden Fall sind sie nicht hier. Ja, wir können Dektor machen, wenn wir die Back gehen. Ja, okay, komm. Ja, ich komm auch. Dann kann man hier hin. So geht's drauf, ne? Wollen wir mich damit ablenken? Mach's was auch immer ihr wollt, ey. Hauptsache irgendjemand kommt. Man drängt die Schöße. Ich denke, was hat er dann... Ich hoffe, an das Herz der Karten. Ich glaube, das ist ein Zauber, also könnt ihr die mitmachen. Oh, gut. Ja, ist gerade dabei, also... Nice. Ich komm, die komm, die komm. Ich komm? Ich wurde geholfen. Okay, falsch. Nice. Oh mein Gott. Die bleibt ein... Das ist ein Pinkhorn. Das ist ein Pinkhorn. Das war Mitte. Alter, die so... Nein, nicht ganken. Oh... Die waren... Hat das wird. Bei mir hängt die Maus so dumm rum. Sehr schön, bei dir hängt gar nichts von so scheinbar nur Schlechtgips zu. Ich bin noch nicht gestorben. Ja, ich nehm. Oh, geil, ey. Kommst du raus? Ja, klar. Mach dich schneller. Schau, pass auf. Schau, pass auf. Aber was ist hier Maus? Das ist wirklich eine Einstellung. Kriegier hat immer später. Ich glaub nicht, dass sie da mal eine Ping legt. Hey LOL! Wie? Hä? Wie zur Hölle? Okay, Lucians Auto-Attacks machen ab sofort steuermäßig Nachschaden. Ja, ist klar. Keine Minions, gar nichts. Ich war geschildert. Und dann verreck ich gleich den Anzug. Lucians Auto-Attack, Timo passive. Ja, denk ich mir auch. Der hat die Timo passive. Das ist ein Doom Board of Doom. Nein, Koste. Was? Wenger fehlt. Wie? Kann mir das einer... Ich hatte noch ca. 100 HP und mein Schild. Eindeutig Hex. Naja. 50 Leben, sagen wir mal. Ja, 50 und Schild. Koste. Das gibt kein Nerf. Der Doppelschuss von Lucian kommt immer später an, Andi. Also falls es daran lag. Ich bin fast fertig. Ja, war aber schon lange geflasht und hatten... Ich bin schon längst geflasht und war im Backporten. Äh, SS, hier, Brom. Vielleicht ein Minion hätte die ganze Zeit nachgeflogen ist. Ne, Minions sind auf Jinx gegangen. Hab ich gesehen. Und ich hab mich noch geschildert. Und ich hab kein... Hallo, LOL läuft doch immer... Äh, leck... Äh, bugfrei. Idiot. Ja. Richtig Mist. Richtig Mist. Ein bisschen peinlich, wie viel erlastet sich dieses Games schon verpasst habt. Ja egal, kann man nichts machen. Ja, das ist so nervig gegen diese Hude zu spielen. Wieso? Hat sie sich einmal vergiftet? GG, oder? Kannst du gleich surrendern. Eine Mist Nutella. Kommt jetzt auch einmal. QW und Ultimation. Wengal kommt runter auf. 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 Wengal ist auch da. Ne, nicht reingehen, einfach weg. Ja, Wengal ist auch da. Ja, Wengal stehe ich ja nur rum. Ja, wo ich sie... Ja, wo ich sie... Von der Dämon abgewinn. So will ich direkt sehen. So will ich die Rex sehen, das habe ich sehen. Ja, deswegen bin ich schön gewesen. Wengal... Wengal ist auch da, aber fehlt einijungen. Wengal ist ein Wursch oder fehlt einzumeißen. Und schauen wir doch mal, ob sie hier wurde. Da ist er... Wieso? Ich komm, ich komm, ich komm. Du hast drauf... Habt ihr, habt ihr, oder? Hast du? Ah, gut. Nice. die manche verwahrten ich was anderes nehmen kann ich habe keine dägen richtig kacke ist mit dem okay jetzt ist wieder geworden ich bin noch die erfahrung das ist ein million hat gefehlt hast du ulti richtig spät wer sie den meisten haben Weißer, die Ding! Das ist unfair! Denkst du auch besser zu spielen? Egal, Minions, pass, pass, pass! Wow, auf dieser Minion! Dieser Minions! Hast du das gesehen, Andi? Ja, ja, auf der Botling, ja! Der Minion stirbt da rum, hat das ganze Mal angegriffen, und dann plötzlich steht es nicht einfach davor. Ja, pass auf, ich hab keinen Mahler. Ja, ich auch nicht. Ich spiel aber auf den großen... Es kommt runter. Ja, okay, ich hab nur Lenkern, also Max mal verletzt. Okay, jetzt hab ich... Vielleicht mal einer, dann kommt es vielleicht, aber mehr. Mit hat kein Ultimär? Die macht unglaublich viel Schaden, ne? Ja, schaden. Na, komm, du, fehlt schon, aber was? Ich geh doch noch mal mal sammeln. Ich geh einfach noch weg. Pass. Man muss das ausgeben. Was denn? Mein Fehler, mein Fehler. Ich hab Basis gesehen, mein Fehler direkt. Mein Fehler. Ich hab auch... Ich war LK einkaufen. Sorry. Auf dem Stock. Oh, das kenn ich. Das weiß ich sogar den Pros. Was für das traurig. Auf einmal sehen sie alles grau und fragen sie sich, hä? Äh... Vor allem Nicktron. Oh mein Gott, Nicktron, du musst dir unbedingt deine Videos anschauen. Der ist so sch... Er ist von Silber auf Browser gedroppt, er hat geheult. Der heult, wenn er stirbt. Der ist doch voll süß, Alter. Dieser Hurensohn. Ja, ich smite den einfach weg, halt. Mensch, bin gleich nicht auf Ultis. Oh, ja, okay. Egal, dann mach den, aber mach den. So. Voll. Ist okay. Ja, kommt hier. Ja, ist es? Wir sind drei. Ja, geil. Na, das ist okay. Schoko, ja. Oh, shit. Ja, klar. Also, ich bin tot. Oh, Gott. Schade. Richtig, Alter. Nein! Nein, ich komm! Easy! Easy! Was ist der noch? Nein! Ich meinte eigentlich die Cassio, aber ja, der geht auch. Den darfst du auch. Nee, zurück, zurück, zurück. Ich hab kein Leben mehr. Ah, top lane, hattest du kein TP? Äh, hier... Naja... Naja, es wär dumm gewesen, hättest du es... Ja, ne, 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 jetzt nicht! Nein, was machst du? Ach! Das machst du, du, ne? Egal, er ist meine, der skirtliche Angeklang, er klang, oder? Get paid, did, du, Alter! Nein, es ist wenigstens, das. Hätt jetzt kein Kipp bekommen, wär die Kurde gewesen. Nein, kein Kipp bekomm, wäre ich älter, glänziger. Habt ihr diese viermal an? Leute, Leute, habt ihr jetzt viermal einen Shockwave gesehen? Es waren zwar nur drei, aber ich muss mich pushen. Nichts end. Einfrier noch get baited. Was will er noch? Alter, hör doch doch zu schreien, dann weißt du, wie scheiße du dich danach fühlst. Schreib mal rein. Nein, 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 nicht das, ich meine, wenn die uns fertig machen, dann wird's echt die scheiße für um. Schreibst du kill? Alter Nia, komm mal runter. Ich sag einfach, du Hurensohn oder irgendwie. Nein. Damit die merken, dass es länger ist. Nee, nee, geht nicht, geht. Wir haben kein Smild, wir haben kein Smild. Ja, krass. Hey, hast du meinen Ulti überhaupt Cooldown? Komm mit, lass Braum übernehmen. Ich hab die wieder ab. Jetzt? Alter, pusht der noch. Ich nehm die Erterne. Juhu! Ich hab die Tee, deswegen. Das müsste ich mal sehen, aber die sind gut. Ich glaub, der hat's schlecht. Nein. Nee, nee, nee. Ja, wir sind alle geslogen. Oh man, das ist gut bei uns nicht. Ich hab heute in der Zeit mal einen Shockwave geplant. Oh, Alter. Ich hab meinen Ulti so gefällt. Alter, komm. Ich hab gerade meine Shockwave richtig kacke gemacht. Kacke. Lotte. Ja, ist dann geworden. Toplane push. Schockpower ist unwahrscheinlich da. Egal, 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 egal. Ja. Aber dann bieb ich mir selber in den Film. Okay. Tower gegen Drain ist eigentlich mit Dwarf, aber... Ja, ich pack das jetzt. Pass auf, Lucian. Ja, wenn wir ihn mit Tower haben, also den Mid Tower schon haben. Guck, guck, guck. Ja, Alter. Aber schon trefft ihr mit irgendwas? Ja, okay, ja. Geht nie. Na, ich geh parmen. Ich hab einen Rang. Ich hab einen Rang. Ich hab einen Rang. Oder, oder. Er macht ihn so. Dann geht der Rang. So kann man es halt auch machen. Kann man machen? Muss man aber nicht. Muss man aber nicht. So, geht's auch. Der Team ist legendär. Er weiß, was ich sagen will. Na, ich hab einen Rang. Pusht die Architekt. Der Rang also. Er kennt uns voll Juts schon. Ah, ah. Will ich komm? Läuft. Mitten bei. Oh. Da flogen. Ah. So ein Laufen halt. Okay, das ist geflasht. Was? Ich hab keinen Markbetrieb, sorry. Andy? Ich hab einfach mein Speer durch ihn durch irgendwie geworfen. Direkt gerade vorbei. War ein bisschen ja. War ein bisschen komisch. Aufpassen. Gleichfalls. Ich hab's. Es ist immer als dass ich erst die Lateine klicken konnte und dann als ich die Lateine klicken konnte, haben sie mich hochgeworfen. war ein bisschen bitter egal vielleicht ein bisschen aufhalten zu pushen oder nicht ich merke jeden einzelnen Hurensohn von denen und kille ich jetzt jeden okay ich habe jetzt eine liste ist es nicht sein bitte und nicht bringen das ist eine beste die ich abarbeiten muss auch in der reihenfolge die reihenfolge ist nicht so wichtig doch ist voll wichtig ich muss jetzt Karte killen warte Leute komm zu Daddy komm zu Daddy das Spotlight pushen Wattauer ist fast da du killst jetzt nicht allein oder? was soll das ich wollte mich rechnen die weicht einfach nicht aus das ist ein Bronze Spieler die laufen gerade aus Weizen und 13 top hast du das allein top für die Karte? nein 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 ich komm jetzt soll ich Bot pushen oder komm? weil Bot Tower ist gerecht Lucien ist Bot das mag ich Lucien ist Bot wir müssen auf Renga gehen da ist er wechsel ist ja oh hoi diga Bursche das ist schneller Lucien kommt top lane ja Lucien kommt Lucien ja der ist windes gegangen Lucien kommt ja morgens ich ich will die Lichtaufarbeit auf die Brumme los Lucien ist ungefähr hier oh soll er doch such ihn doch mal nein Gott nein ich habe keine KDU ich habe zuerst Geld dafür aber lol der hat auf die Bot lane zu ja wir können drauf einfliegen still back ne das ist tot na ok auf ihn auf ihn na alter hat er leichtsteam oh ok Hilfe pass auf oh mach doch nicht Q feier dich no komm 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 kommst du hier kommst du hier du bist so bad Alter oh Gott ich bin so dumm äh Jinx was war los ich habe 10 mal gefragt ob du kommen kannst naja ich habe dich ehrlich gesagt nicht gehört ok ich werde jetzt überlegen du bist doch generell get carried by diamond ich weiß noch nicht warum ok wir haben kein diamond aber ok wenn die nicht lesen fände ok ja was war du hast noch latin die diamond gell latin aber kein diamond diamond ist der Ersatzspieler ja ok das ist richtig nett ja ich spiel kein racket mehr auf meinem account mehr oder weniger ich smurf nur noch suchst du zurzeit einen smurf account der gold 5 fängt ne hab ich selbst genug noch das ist ich versuch den grad runter zu bringen aber das geht irgendwie nicht ich mach drauf bronze ravey wenn ich gewinne ja ich hab in browser 5 schon AP gank den top gezählt und gecarried mit 14 1 halt es ist wirklich nicht schwer zu bringen ja ja gut ich hab mit Garen 11 1 gespielt mit dem übsten Zollball da war nur scheiße drin also ich hab früher mal AP Garen gank gespielt und dachte er macht dadurch mehr magischen Schaden alter die äh latinne von Thresh hat bei mir grad voll die disco gemacht kann ich auch langsam mal endlich an damage zu machen ja so schön ist what a top lane also gut ich hab nen plan wir machen jetzt den den dragon der bald kommen wird und danach den baron instant ja das können wir machen das machen wir eigentlich immer wenns klappt ne suchfix gegner ich komm mit da ich komm mit da ich komm mit da soll ich auch rotate oder kalt runter kalt runter kalt runter oder komplett woanders hin nice oder komplett woanders hin er hat sich für woanders hin entschieden von tower ist dauer ich falle ich ich falle wir ok Rack ist von der Liste weg gut wer fehlt noch äh Carstopea ja wer fehlt noch äh Carstopea ja ich hole erst wer Carstopea also gut du kannst rein springen dann kann ich dich aber nur speed upen oder so da ist Lucien da ist ein Lucien da ist drauf und tot ok da mal revanchieren ah ist das schön das so einfach weg einfach weg einfach weg einfach weg ranger ist da ranger ist da ranger ist irgendwo hier ja ist da ja dann tag mal ihn er ist ne Carstopea falls jemand will Ja Kasupia, aber ja, muss ich noch was, ja mit der muss ich was lehren. Echt wie das? Oh Gott, ich muss... Nein! Ich hab ne Assiss bekommen! Okay, das zählt auch. Rang gettet's auch weg, nur noch. Rack und Kasupia. Die muss ich noch haben. Hab ich ne Assiss bekommen? Nein. Rackstile ein bisschen noch. Ich muss schon wieder kommen. Nice one. Easy. Einfach EG, easy, ne? So, wollen wir jetzt... Baron oder nicht? Es sind drei Tots. Ja, komm mal. Ja, lassen wir. Komm, komm mal boys! Baron! Oh boy boys! Leg mal irgendwas hin, dass wir... Äh, geht auf die Kugel? Nee, leider nicht. Hier ist ein Watt, hier ist ein Watt. Ähm, wer tankt davon aus am besten? Ich zeig, ich zeig. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Du gehst doch mal hin. Da kommt Smite ab, Jungs, nur so ne? Brauchen wir jetzt so. Bitte. So halt ab und so. So, ne? Kapper. Hm. Wer braucht Leute tatsächlich Smite? Alter, wer braucht denn Smite? Wer braucht denn Smite? Andi, weg da! Ja. Ich dachte, ihr geht mit rein. Ups! Unmut! Hehehehe. Ja. Ich sag grad noch, ich brauch noch ein bisschen Geld. Ja. Das brauchst du nicht, ja. Egal. Los, lass auf die Wenger, lass auf die Wenger. Wenn ich sage, du brauchst Geld, dann brauchst du Geld. Verstand? Okay, Wagger, äh... Stop! Äh... Good job, Andi. Ja. Äh, kauf doch mal bitte jetzt FIFA. Nur! Also, oh, die anderen kaufst du Streetbound, Rage, FIFA auch bitte drin. Findet aus. Nice. Komm, 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 komm. Ja, also, Wenger hat mich geile Power-Dive unterrollt, ne? Nur so. Aber, ich glaub, mein Shield hat die auch. Ich bin gleich fertig. 3-4-2, nice. Ja, ich hab jetzt, Gott, das ist auf dich. Boah, ich bin schon wieder so scheiße. Go faster! Ey, go faster! Nene, nene, nene. Nene, nene, nene. Nice. Go faster, ey, go faster! Haben wir eins? Da hab wir auch gelacht. Ja. Und, was hat er noch mal der? Der ist doch einiger Burschen. Ey, ihr kennt doch das Video. Go faster, ey, go faster! Nene, nene. Na, du, Ramji, du tankst gerade. Nee, nee, ich bin facking genug. Das ist ein Oriana mit Chill. Boah, Tanzmal, Oriana, du sieht sexy aus. Wie viel denn? Wie viel denn? Wie viel denn? Wie viel denn, Junge? Oh, ich hab's doch. Fasche, Tanzmal. Nene, nene, nene. Ich bin rum, ich bin rum, ich bin rum, ich bin rum. Ich bin rum, ich bin rum. Freu dich. Ich bin rum, kann ich rum. Ja, wirklich, Alter. Also, wir können noch fix. Wollen wir mit Yasuo machen? Ich bin rum. Mit Yasuo? Ich bin rum. Ich bin rum. Ich bin rum. Ich bin rum. Aber ich bin rum. Ich bin rum. Ich bin rum. Ich bin rum. Ich bin in 1 Minute fertig. Dieser safe. Ist komm, ist komm. Ah, Lucien, Lucien. Nice. Werden wir noch fahren? So, Blame-Tags. Oh nein! So, ja, das war's nur so toll. Alter, solche Ruhe! Ich hab's vorausgesehen, deswegen hab ich's geflasht. Andi, was war das, dass ich mit dem nächsten... Du warst bad, du warst bad. GG Leute. Guck mal, es ist nur wegen der Laning Phase. Wenn du die Laning Phase verkackst und im Late Game alles abräumst, bist du bad. GG. Also hier, Andis Logik. Okay.